Ladies and Gentlemen, mein Name ist Khalid Bonoar und ich bin Stand-up-Comedian bei der Rebell-Comedy. Und ich drücke jetzt wieder die Schulbank. Warum? Es gibt so einen krassen Wettbewerb. Es gibt einen Schulwettbewerb. Fair at School, die Respekt Challenge. Die Antidiskriminierungsstelle und der Cornelius Verlag haben das auf die Beine gestellt. Und ihr könnt da mitmachen. Let's go. Ihr könnt alle mitmachen. Ihr braucht einfach nur ein cooles Projekt, was sich einsetzt gegen Rassismus, für Vielfalt, für Diversität, gegen Diskriminierung. Das braucht ihr. Wenn ihr das habt, dann sendet das ein. Woran wart ihr noch? Sendet das ein. Die Gewinner bekommen jeweils 3000 Euro. Was damit passiert, ist euch überlassen. Ihr könnt frei entscheiden, was ihr damit macht. Und wenn ihr gewinnt, dann sehen wir uns am 11.06. in Berlin. Ihr werdet eingeladen. Woran wart ihr noch? Fair at School, die Respekt Challenge. Wäre ich noch Schüler, ich hätte mitgemacht. Wäre ich wie oben ре LOVE Serie eins? Hi.